jawohl ja alles auf kauf könnte man meinen tatsächlich sieht es gar nicht so schlecht aus ich habe hier mal den nasdaq als erstes mal aufgelegt für euch im update in unserem typischen was wir zu den index märkten eben haben wir sehen dass wir hier im vier stunden chart wunderschön nach oben gelaufen sind das ist diese bewegung und auch im fünf minuten chart noch mal die letzte bewegung da seht ihr die bewegung nach oben ist einfach noch die vorrangige wackelt zwischendurch mal runter auch hier wackelt es mal so zwischendurch runter und anschließend geht es nach oben weiter und tatsächlich gibt es im moment nichts was den markt scheinbar aufhalten kann trotzdem jetzt schon mal die ankündigung es wird nicht ewig so sein ich hatte schon mal angedeutet irgendwo in dieser zone beziehungsweise nicht zone eigentlich auf dieses zwischenhoch was wir hier hatten am dritten märz das hatten wir hier im chart ja ausgemacht da hat der kurs eine chance zu drehen aber wie das mit chancen ist er hat es ja nicht genutzt wie hätte es aussehen müssen wenn er es genutzt hätte na ja eine scharfe abwärts bewegung moment moment hat man die scharfe abwärts bewegung ja hatten wir durchaus an welchen stellen hier wir hatten aber keine wackelige gegenbewegung das heißt für short gab es hier überhaupt gar keinen anlass und das bringt mich auf einen ganz wichtigen punkt deshalb freue ich mich immer über eure kommentare auch durchaus gerade wenn es im internet ist auf youtube oder finanzmarkt welt.de zu den kritischen kommentaren wo es heißt ja aber das funktioniert ja immer nicht immer wenn du sagst long dann geht es erst mal runter und das ist auch völlig richtig so deshalb ganz wichtig warum ist das so weil für long brauche ich diesen rücksetzer das heißt wenn ich jetzt in so einer situation von einem long ausgehe dann erwarte ich dass früher oder später eventuell in dieser minute vielleicht aber auch erst in einigen stunden oder vielleicht auch erst in ein paar tagen eine gegenbewegung kommt es ist also durchaus nicht untypisch wenn ich sage long finde ich super dass dann der kurs erst mal runter geht das ist das was ich sogar wünsche also das ist die aktuelle situation bleiben wir hier im vier stunden chart das hier ist nur derjenige der mir sagt long ist aktuell die bessere richtung und damit muss ich ein bisschen üben mit der aus der ausdrucksweise weil viele jetzt natürlich so long ist die bessere richtung und kaufe ich nein wir kaufen nie zu diesem preis hier das ist nicht besonders sinnvoll genauso wenig wie es nicht sinnvoll war zu diesen 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 preis wieso ist doch gestiegen was willst du denn das wissen wir zu diesem zeitpunkt nicht wenn ihr kauft kauft nicht zu dem höchsten preis sondern kauft auf irgendeinen rücksetzer und wenn ihr hier keinen rücksetzer habt im vier stunden chart dann nehmt ihr halt irgend rücksetzer im fünf minuten chart das heißt hier kaufen auf der höhe dagegen habe ich möglicherweise nichts aber nie in diesem chart also in diesem hier den wir jetzt hier haben sondern wenn auf der kleineren ebene wenn ich sehe dass die gegenseite entweder drei wellig ist oder irgendwie eben korrektiv wackelig runterkommt das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen klarer stellen weil viele dann sagen ja das ist doch jetzt hast du gesagt das sieht nach long aus ja das sieht nach long aus aber das ist kein guter preis für long das heißt an dem produkt bin ich jetzt zufrieden das produkt ist super das gefällt mir unter den aktuellen begebenheiten gefällt mir das aber ich bin doch händler ich kaufe doch nichts hallo ich bin händler ich handel doch ich kaufe doch nicht einfach das heißt wenn ich sage an der stelle das ist ein wirklich toller long markt ist das überhaupt kein zeichen dafür dass ich einsteige was ich dann brauche ist ein rücksetzer das ist das was ich hier gezeichnet habe damit ich ungefähr weiß wie vielen so ein rücksetzer ist empfehle ich euch benutzt fibonaccis dann habt ihr eine idee wie typisch ein rücksetzer eben ist da könnt ihr jetzt sagen ich mache immer so am oberen ende ihr könnt sagen ich gucke mir das in ruhe an und warte dass er dann die gegenseite das ist jetzt mein stil das heißt ich warte nicht alleine dass er dahin läuft sondern ich will dass er danach das bricht dann habe ich nämlich mehrere bestätigungen bestätigung nummer eins dass das die starke seite ist bestätigung nummer zwei dass das voraussichtlich die schwache seite ist weil die meistens mehr zeit benötigt häufig auch wenn die jetzt dann noch korrektiv hier eben verlauft irgendwie so aussieht dann kann ich jetzt schon sagen welche sind stärker die aufwärtsseite nein die aufwärtsseite und der trigger und das ist ganz wichtig das vergessen viele die sagen wieso du hast gesagt long ich habe schon mal gekauft kann man natürlich machen aber wie wollt ihr dann euer risikomanagement darauf rechnen also das macht sogar keinen sinn deshalb ist gut dass ihr diese hinweise bringt sonst wäre ich da gar nicht drauf gekommen dass das für einigen problem ist ja immer wenn du sagst long dreht der markt damit rechne ich das ist ja das oder hoffe ich rechne ja rechnen schon aber ich weiß es natürlich nicht aber das ist ja das was ich sogar will aber ich will nicht nur dass der markt umdreht ich will dass er das nicht so macht weil dann weiß ich wieder nicht welche ist denn jetzt besser die oder die seite bitte nicht auf die länger argumentieren die ist doch kürzer also ist die die schwächere weil wenn ihr hier jetzt dann einsteigt weil das ja die schwächere ist und der fällt hier aber doch die längere also entscheidend ist nicht nur welche richtung oder welche länge sondern insbesondere auch welche form ist das die schwächere seite vergleich das einfach mal ich glaube das muss man gar nicht groß erklären oder diese hier so damit ich aber wirklich weiß dass das mit dem abwärts auch wirklich rum ist brauche ich irgendein indiz und es ist nicht mehr als ein indiz es ist kein beweis wichtig es ist kein beweis aber ein indiz ein durchaus starkes indiz dass die abwärtsbewegung vorbei ist wenn die fallenden hochs fallenden tiefs beendet sind das ist der grund warum das also spricht dass da ein guter einstiegstrigger ist merkt euch die zahlen noch nicht weil wir wissen ja nicht wie diese bewegung aussieht oder ob die erst von da oben startet das weiß ich natürlich auch nicht ihr seht schon das hat mit zukunftsvorhersagen mit auch mit spekulation in dem sinne so von wegen ja ja da macht er doch einfach mal hier fass auf das passiert jetzt als nächstes ich weiß nicht was als nächstes passiert aber all diese indizien geben mir ein gefühl davon wie die anderen marktteilnehmer ticken und wenn die anderen marktteilnehmer in panik sind dann bin ich nicht derjenige der hinkommt liegt da völlig falsch ich kaufe jetzt schon mal das heißt wenn ich sehe dass die marktteilnehmer nicht wirklichen verkaufsdruck haben warum soll ich dann short gehen verstehe ich nicht macht in diesem aspekt überhaupt gar keinen sinn dann wenn die abwärtsweite vorläufig zu ende zu sein scheint da ist der einstieg und dann eben mit der fortsetzung dieser geschichte wenn das die erste ist die zweite abwarten die dritte dann handeln und da seht ihr dann geht es um diese crv diese gewinnseite und diese verlustseite denn auch mit diesen ganzen tollen gedanken die ich gerade hier mitgegeben habe ist unterstelle mal dass sie toll sind liege ich ja nicht immer richtig in der hälfte der fälle liege ich möglicherweise falsch vielleicht sogar etwas mehr als die hälfte der fälle ja aber die hälfte der fälle diesen gewinn die andere hälfte der fälle diesen verlust kann man aushalten also das ist mir wichtig dass ihr das versteht deshalb super kritisiert ruhig bleibt immer auch wenn ihr untereinander euch kommentare schreibt bleibt immer fair bleibt immer lieb untereinander untereinander man kann sachen ruhig kritisch auseinander nehmen um es besser verstehen zu lernen also deshalb ein ganz ganz wichtiger hinweis und fand ich ja super dass ihr das nochmal angebracht habt rechnet also damit wenn ihr so eine bewegung habt die ist klasse switchen wir mal zwitschern wir mal rüber zum dax hier dann sehen wir genau so eine bewegung geile aufwärtsbewegung das stimmt mich long ja wie soll mich denn anders stimmen das doch erst mal long zeichen aber ich kaufe doch nicht jetzt also ich bin noch nicht verrückt und kaufe an der stelle wenn ich wirklich kaufen will dann suche ich mir hier innerhalb der bewegung intern sowas intern hier ist es nicht ganz so deutlich mit a b c aber auch so halbwegs auch hier ist es a b c es ist dreiwellig anders kann man es nicht sagen malt es selber mit dem finger nach dann werdet ihr feststellen ja im wesentlichen komme ich da auf ziemlich exakt drei wellen und drei wellen haben wir festgestellt ist eigentlich nicht die hauptrichtung wenn er die durchstößt ja das ist auch eher wackelig das ist der grund warum ich an der stelle eher sage ist eine long trade aber wir können jetzt nicht mehr sagen das was hier passiert passiert hier hinten nochmal warum nicht ist doch nicht die erste welle hier hoch der kurs kam doch von unten das ist die was weiß ich wie viel hoch ja aber wie weit hoch keine ahnung das heißt wenn ihr das nicht mögt braucht ihr einen rücksetzer und wie groß ist der rücksetzer das weiß ich nicht aber wenn er in diesem ausmaß wäre wäre er qualifiziert ein vollständiger rücksetzer dieses anstiegs zu sein das heißt meine sprech ist bislang gewesen an der stelle das ist ein long szenario aber ist doch kein einkaufspreis bin doch nicht bescheuert kauft doch nicht für diesen preis ich warte auf den rücksetzer und wenn er nicht kommt ja dann habe ich diesen gewinn verpasst der dann hier vielleicht neu entstanden ist aber dann kommt doch später irgendwann der rücksetzer und dann handel ich halt nachher denen das problem ist wenn ich einfach auf der höchsten stelle kaufe dann habe ich keine vernünftige möglichkeit einen stopp zu setzen und ja auch nicht wirklich eine ahnung wie weit das ziel geht dann habe ich kein crv wie soll ich dann denn statistisch einigermaßen sinnvoll meine positionen hier aufbauen also das ist die aufgabe des händlers dass diesen zusammenhang ob ihr das genauso macht wie ich ist dahingestellt viele die jetzt die l jetzt mögen die sagen herr genau so mache ich das am liebsten und einige die vielleicht mehr indikatoren mäßig unterwegs sind die haben eine andere methode aber der zusammenhang der muss uns klar sein also das ist etwas was ganz ganz wichtig ist dass wir das verstehen also wenn ich jetzt sage das sieht doch klasse aus für die long seite dann brauche ich jetzt den preisnachlass das ist so ich gehe auf dem auf den autohof und sehe dann oder da irgendwo wo autos verkauft werden der hat ja ein schönes auto der gefällt mir den will ich wohl haben aber nicht zu dem preis dann wird das verhandeln losgehen das ist ein ewiges hin und her bis man sich dann auf irgendeinen preis einigt so also insofern das ist so die analogie dazu jetzt ganz kurz noch mal der der zusammenhang weil ich auch vor kurzem das 8000er video auch dazu gab es natürlich viele rückfragen ja super du hast 8000 gesagt jetzt geht der kurs nach oben das 8000er video war erklärt auf wochenbasis das heißt eine bewegung die im zweifelsfall irgendwie so aussieht und anschließend erst nach unten geht ist doch damit gar nicht betroffen es ist ja nicht gesagt dass das muss dann wirklich in den nächsten stunden passieren das kann durchaus sein dass sich das über wochen hinzieht vielleicht sogar über monate hinzieht vielleicht eventuell sogar über jahre aber das was ich da beschrieben habe in dem video das zeigt eben auf dass das türchen für dieses für dieses szenario sehr weit offen ist und vielleicht noch mal als hinweis es gab ein zweites szenario wo ich gesagt habe am ende geht er sogar noch mal einmal höher und von dort erst runter und wer jetzt sagt dann hilft mir das ja gar nicht mit den 8000 es ist ja nur eine orientierung dass ihr das nicht vergesst dass das passiert und hier wird jetzt darauf geachtet was passiert und da was wir hier haben ist im moment überhaupt nicht für die short seite geeignet also auch das was wir bis jetzt da sehen das wird erst anders falls wir ich sage nicht wenn also das klingt dann so so wird es passieren falls wir das bekämen und dann das dann sind wir vorläufig auf der abwärts seite aber im moment sind wir nicht stark auf der abwärts seite wir sind stark auf der aufwärts seite wie soll ich denn dann jetzt ein shorty eröffnen macht doch überhaupt keinen sinn ich kaufe ich verkaufe doch nicht den markt wenn ich eine starke aufwärts bewegung habe ich verkaufe den markt wenn eine starke abwärts bewegung habe und dann einen guten preis kriege die wackelige gegenbewegung ich hoffe dass es euch ein bisschen hilft ein bisschen besser chart technik zu verstehen ein bisschen besser zu verstehen auf was wir händler achten wie wir damit umgehen wie ihr vielleicht eure trades ein bisschen darauf anpassen können nicht jetzt auf meine sichtweise sondern auf die generelle und ihr könnt das natürlich nach euren logiken die ihr für den handel verwendet gerne adaptieren das ist ja die aufgabe und ihr habt so ein bisschen die idee dass wir aktuell die long seite im favor haben aber ein rücksetzer wäre genau das was ich mir jetzt wünschen würde damit wir da entsprechend reinkommen in so eine position wie es mehrfach jetzt aufgezeichnet in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute ganz liebe grüße und bis zum nächsten mal